Sonderpädagogischer Förderbedarf bezieht sich auf die besonderen Bildungs- und Unterstützungsbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen, die aufgrund verschiedener Beeinträchtigungen oder Behinderungen besondere Unterstützung in ihrem Lernprozess benötigen. Diese Bedürfnisse können in verschiedenen Bereichen auftreten. Wer hat sonderpädagogischen Förderbedarf? Schülerinnen und Schüler, die in ihren Bildungs-, Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten derart beeinträchtigt sind, dass sie im Unterricht der allgemeinen, bildenden und beruflichen Schulen ohne sonderpädagogische Unterstützung nicht hinreichend gefördert werden können, haben sonderpädagogischen Förderbedarf. Die Unterstützung für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf kann individuell angepasste Lehrpläne, spezialisierte Lehrkräfte, therapeutische Dienste, angepasste Lernumgebungen und spezielle Hilfsmittel umfassen. Ziel ist es, diesen Schülerinnen und Schülern eine möglichst effektive und inklusive Bildung zu ermöglichen. Welche Verfahren zur Feststellung von sonderpädagogischen Förderbedarfs gibt es? Die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs ist ein mehrstufiger Prozess, der darauf abzielt, die spezifischen Bedürfnisse eines Kindes oder Jugendlichen genau zu ermitteln und geeignete Fördermaßnahmen zu planen. Dieser Prozess umfasst in der Regel folgende Schritte. Beobachtung und vorläufige Einschätzung Lehrkräfte oder Eltern, die sich Sorgen um die Entwicklung eines Kindes machen, leiten den Prozess ein. Dazu gehört das Sammeln von Informationen über die Leistungen und das Verhalten des Kindes in verschiedenen Umgebungen. Einholen von Expertenmeinungen Fachleute wie Schulpsychologen, Logopäden, Ergotherapeuten oder Sonderpädagogen werden hinzugezogen, um eine genauere Einschätzung vorzunehmen. Diagnostische Tests und Beurteilungen Umfassende Bewertungen und diagnostische Tests werden durchgeführt, um die spezifischen Bedürfnisse des Kindes in verschiedenen Bereichen wie Kognition, Sprache, Motorik, sozio-emotionale Entwicklung usw. zu ermitteln. Multidisziplinäre Teambesprechungen Ein Team von Fachleuten, darunter Lehrkräfte, Therapeuten, Psychologen und eventuell Ärzte, bespricht die Ergebnisse der Tests. Erstellung eines Förderplans Auf der Grundlage der gesammelten Informationen wird ein individueller Förderplan erstellt, in dem spezifische Ziele, Methoden und Ressourcen für die Förderung des Kindes festgehalten werden. Einbeziehung von Eltern Die Eltern werden in den Prozess einbezogen, um sicherzustellen, dass der Förderplan den Bedürfnissen und dem Kontext des Kindes entspricht. Regelmäßige Überprüfung und Anpassung Der Förderbedarf und der Förderplan werden regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst, um die bestmögliche Förderung zu gewährleisten. Diese Verfahren können sich je nach Land- und Bildungssystem unterscheiden, das grundlegende Ziel bleibt jedoch dasselbe. Eine sorgfältige und umfassende Beurteilung, um jedem Kind mit besonderen Bedürfnissen die bestmögliche Bildung und Unterstützung zukommen zu lassen. Doch welche Förderschwerpunkte gibt es? Um den unterschiedlichen Bedürfnissen von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf gerecht zu werden, werden in Deutschland sowohl in den Förderschulen als auch im Rahmen der sonderpädagogischen Förderung in den allgemeinen Schulen verschiedene Förderschwerpunkte angeboten. Diese Förderschwerpunkte sind Lernen Dieser Schwerpunkt richtet sich an Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten. Sie benötigen spezielle pädagogische Ansätze, um grundlegende schulische Fähigkeiten zu entwickeln. Geistige Entwicklung In diesem Schwerpunkt werden Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung gefördert. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und lebenspraktischer Fertigkeiten. Körperliche und motorische Entwicklung Dieser Förderschwerpunkt richtet sich an Schülerinnen und Schüler mit körperlichen und oder motorischen Beeinträchtigungen. Er umfasst Anpassungen im schulischen Umfeld und spezielle Fördermaßnahmen zur Verbesserung der körperlichen Mobilität und Selbstständigkeit. Sehen Kinder und Jugendliche mit Sehbehinderung oder Blindheit erhalten in diesem Bereich spezielle Unterstützung. Dazu gehören die Anpassungen von Lernmaterialien, die Verwendung von Blindenschrift und Technologien zur visuellen Unterstützung. Hören Dieser Förderschwerpunkt konzentriert sich auf Schülerinnen und Schüler mit Hörbehinderungen. Die Unterstützung umfasst häufig den Einsatz von Gebärdensprache, speziellen Hörgeräten und Methoden zur Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit. Sprache Hier werden Kinder mit Sprach- und Kommunikationsstörungen gefördert. Ziel ist es, ihre sprachlichen Fähigkeiten durch spezielle Therapien und pädagogischen Ansätzen zu verbessern. Emotionale und soziale Entwicklung Dieser Bereich richtet sich an Kinder und Jugendliche, die Unterstützung in ihrer emotionalen und oder sozialen Entwicklung benötigen. Dies kann die Arbeit an sozialen Fähigkeiten, Selbstregulation und Umgang mit Gefühlen beinhalten. Kranke Speziell für Schülerinnen und Schüler beispielsweise aus dem Autismus-Spektrum, bei denen individuelle Lernstrategien, die Förderung von Kommunikation und sozialer Interaktion, sowie der Umgang mit sensorischen Herausforderungen im Vordergrund stehen. Und wie sind die Anteile der Förderschwerpunkte in Förder- und allgemeinen Schulen in Deutschland verteilt? Im Schuljahr 2018-2019 wurden unter 556.317 Schülerinnen und Schülern festgestellt, dass der Förderschwerpunkt geistige Entwicklung einen Anteil von 17% hat und damit nach den Förderschwerpunkten Lernen mit 35% und Emotionale und Soziale Entwicklung mit 17% der dritthäufigste Förderschwerpunkt in Deutschland ist. Der Förderschwerpunkt Sprache macht 10% aus und die körperlich-motorische Entwicklung 7%. Die Förderschwerpunkte Sehen, Hören und Kranke machen zusammen knapp 10% des Anteils aller Schwerpunkte in Förder- und allgemeinen Schulen in Deutschland aus. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die sonderpädagogische Förderung in Deutschland ein wichtiger Bestandteil des Bildungssystems darstellt, dessen Ziel es ist, allen Schülerinnen und Schülern unabhängig von ihren individuellen Schwierigkeiten eine qualitativ hochwertige Bildung und die bestmögliche Entwicklung zu ermöglichen. Vielen Dank für's Wolle! Untertitelung des ZDF, 2020